Der Terror der Roten Armee Fraktion forderte mehr als 30 Menschenleben. Auch Jahrzehnte nach der Terrorwelle von drei RAF-Generationen sind noch immer viele Fragen offen. Zehn Sekunden verändern die Republik. Viele Rätsel. Bis heute ungelöst. Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern. Wie soll das denn gehen? Was ist denn das für eine scheiß Bruchwase-Fragestattung? Phönix beleuchtet die dunklen Punkte dieses düsteren Kapitels der deutschen Geschichte. Mit aktuellen Dokumentationen. Begleiten Sie mich an Originalschauplätze des RAF-Terrors. Reportagen. Bad Kleinen gerät zum Fiasko. Informationen im Netz. Und Gesprächssendungen mit Zeitzeugen. Im Dialog mit einem ehemaligen Mitglied der RAF, Karl-Heinz Delvo, kann man Vergangenheit verarbeiten. Und Experten. Die Rolle der Anwälte ist das größte Defizit in der bisherigen Erforschung der RAF. Gemeinsam mit Zeugen versuchen wir Licht ins Dunkel zu bringen. Rätsel RAF-Terror. Der Jahresschwerpunkt. Ab 8. Mai bei phönix. V зачем das happened in Rise und Seite? Rätsel ist es GM. Sägeet. Schuss- und das enemies. Rätsel. Bis zum nächsten Mal.